sind sie schon mal mit dem falschen fuß aufgestanden es gibt tage da ist irgendwie der wurm drin und es will einfach gar nichts gelingen gott sei dank erlebe ich meistens andere tage und wenn es dann doch mal nicht so laufen sollte wie ich es mir vorgestellt habe dann versuche ich mich nicht zu ärgern sondern es einfach von neuem zu versuchen seit einigen wochen habe ich dabei auch ein schönes bild vor augen das mich zum schmunzeln bringt und das ich gerne heute mit ihnen teilen möchte vor einigen wochen war ich nämlich in unserem konvent in wien zu besuch und durfte die frisch restaurierte klosterkirche bewundern ein echt barockes kleinod in wien das jetzt endlich wieder in frischem glanz erstrahlt pater günther der prior des wiener klosters hat mir bei einer spannenden führung gezeigt was alles bei der restaurierung gemacht wurde bei einer solchen maßnahme werden natürlich auch dinge entdeckt die bisher gar nicht so im blick waren dazu gehört ein wunderbarer kleiner engel ein putto mit zwei linken füßen ja sie haben richtig gehört und können es hoffentlich auf dem foto auch sehen ein engelchen mit zwei linken füßen ich glaube nicht dass das ein versehentlicher fehler des künstlers war sondern dass er mit einem augenzwinkern deutlich machen wollte dass nicht immer alles so perfekt sein muss wie wir oft glauben also wenn auch sie mal mit dem falschen fuß aufstehen denken sie doch einfach an den putto in der wiener dominikaner kirche ein lächeln kann in solchen situationen manchmal wunder bewirken eschön so Untertitelung des ZDF, 2020